hallo herr seekräuter hallo wohnzimmerkapitäne herzlich willkommen zurück hier zum ausblick auf unserem siekraut kanal schöne dabei seid ja ausblick time heißt wir blicken voraus auf work in progress inhalte und dat hängt diesmal an mit dem deutschen kreuzer agir ja ich denke viele von euch vermuten jetzt der nächste nerf incoming man kann wirklich sagen danke war gaming in diesem fall weil ich hatte ja auch in meinem live stream schon öfter davon gesprochen hat die agir irgendwie nicht dem entspricht was war gaming aus diesem schiff eigentlich machen will nämlich ein schiff was auf nahkampf ausgerichtet ist eins was die sekundäre geschütze und die torpedos benutzen kann und ordentlich da rein hämmert weil da einfach die panzerung für gefehlt hat jetzt hätte man zwei möglichkeiten gehabt entweder man verbessert die panzerung deutlich und lässt den rest des schiffes so oder man ändert dieses schiff im allgemeinen und verändert andere sachen und das haben sie getan wir haben die schussweite der hauptbatterie von 17 auf 18 1 halb kilometer erweitert und dabei bleibt es nicht sogar die sigma anpassung hat stattgefunden nämlich von 1,8 hoch auf 2,05 also das ist schon eine ordentliche sigma anpassung die nachladezeit der batterie wird um zwei sekunden reduziert haben nicht mehr 22 sekunden sondern nur noch 20 sekunden natürlich dadurch dass die ausrichtung jetzt nicht mehr auf sekundär ist wird die sekundäre reichweite jetzt reduziert nicht mehr von 7,6 ausgehend sondern jetzt von 5,3 basis reichweite und auch die genauigkeitseinstellung der sekundär batterie die hier wohl höher war war mir gar nicht so richtig bewusst muss ich ganz ehrlich sagen die wurde jetzt auf die standardeinstellung für kreuzer angepasst ja und wie sagt wargaming begründet das halt daran dass das schiff einfach ihren anforderungen nicht gerecht werden konnte gut das haben wir ja aktiv herausgefunden in gefechten und ich begrüße jetzt diese änderung bin gespannt wie es ist wird dann demnächst im test server beziehungsweise im live betrieb natürlich im live stream auch mal zu sehen sein als testschiff wie sich das dann mit den neuen einstellungen so fährt und dann schauen wir uns die kotowski an das ist ja das nachfolge schiff wart im forschungsbaum dann auf der stufe 5 die kirov ablösen wird wenn dann im update 095 die ganzen sachen eben durchgetauscht werden hier haben wir noch eine ladezeit von 8 sekunden angegeben die wird demnächst langsamer nachladen nämlich zehn sekunden also nur für die kotowski und dann schauen wir auf die voroschilow hier wird die nachleihzeit der hauptbatterie von 12 1 halb auf 13 halb sekunden genervt beim kreuzer migurian auf der stufe 5 wird der abprallwinkel für die ap geschosse die der kreuzer eben hier verschießt verändert und zwar um fünf grad hat man quasi länger abprallern also jetzt findet quasi im bereich von 90 bis 50 grad also im bereich von 40 grad wie die ap munition auftritt auftrifft dann eben die prüfung auf abpraller statt das waren vorher halt nur 35 grad also auch da ist jetzt quasi die wahrscheinlichkeit dass man eben abpraller hat ein bisschen höher geworden dann schauen wir uns noch die den kreuzer hier pjorta bagriton mit stufe 8 an die erkennungsweite des schiffes ist jetzt noch hier bei 12,6 kilometer stock wobei ich hier schon irgendwann eingebaut habe die tarnung genau 12,2 kilometer und das ist jetzt der stock wert von 14 kilometer auch die anderen erkennbarkeitsbereiche werden entsprechend angepasst also dementsprechend die erkennbarkeit zur luft und auch wo er beim nebel steht und schießt quasi erhöht und die drehgeschwindigkeit des turmes wird verlangsamt von acht grad pro sekunde runter auf sechs grad und dann schauen wir uns noch die rieger an den schweren kreuzer der russischen marine auf der stufe 9 er dann demnächst ins spiel kommen wird da wird der alpha damage verändert und zwar von 5950 runter auf 5750 für die ap granate und nachdem wir uns jetzt eine ganze menge russische schiffe angeguckt haben gucken wir uns jetzt mal die den gegenpart zumindest eine ganze zeit in der welt an und zwar ein amerikanisches schiff und hier ist die california ich habe jetzt extra mal die kamera perspektive gewählt wo sie meiner meinung nach hier am beeindruckendsten aussieht der breite dampfer hier mit den ganzen sekundärgeschützen also ist wirklich eine krasse nummer wie der teil aussieht leider und da muss ich sagen wirklich leider bringt das schiff meiner meinung nach zumindest nicht so viel tolle sachen mit aktuell und zwar war das schiff schon relativ langsam gerade wenn man mit dem schiff dann in den t9 gefecht kam war das richtig eine riesen qual und ja wird jetzt noch mal die nachladezeit verändert bei der california und zwar nicht etwa verbessert sondern sogar verschlechtert wir hatten hier 30 sekunden nach der zeit und das wird jetzt verändert auf 34,2 sekunden und damit werden wir das schiff dann in zukunft wieder mal testen und mal gucken was dann dabei rauskommt ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen dass dieser dampfer dadurch deutlich attraktiver wird man ganz ehrlich sagen in der ding ist langsam er schießt zwar weit aber das ist eigentlich auch schon alles ja mit dem schiff bist du auf der stufe acht oder neun naja relativ verloren ja die torpedos die da ankommen die sind dann teilweise fast der zehnfache schneller als man selber fährt oder nicht der zehnfache aber ihr wisst worauf ich hinaus will ja wenn dann ein pan europäer euch torpediert dann kommen die top star mit 85 knoten und ihr dümpelt da irgendwie was von mit 20 knoten durch die gegend ja also es ist schon eine ganz schön harte nuss teilweise muss man wirklich man muss wirklich am anfang des gefechts ein gutes gefühl haben dafür wurde das gefecht eben abgeht dafür ist man dann hier sehr stark flack bewaffnet ihr seht das ist so die stärke der kalifornien so ein bisschen aber überwiegend finde ich das schiff naja er er unterdurchschnittlich muss ich ganz ehrlich sagen und zu guter letzt kommen wir zu einem weiteren schlachtschiff auf der stufe 10 diesmal und zwar zu einer abwandlung der yamato hier die shikishima stufe 10 wird ja ein stahlschiff werden wir hatten im letzten ausblick schon davon berichtet was sich alles verändern wird bei der shikishima jetzt haben sie wieder mal eine änderung gemacht weil man muss ganz ehrlich sagen auch die letzten änderungen für mich jetzt nicht dazu beigetragen haben dass ich mit der shikishima ein deutlich cooleres fahrgefühl habe irgendwie wir haben dieselbe streue wieder bei yamato aber drei mumpeln weniger in der luft und das sorgt einfach dafür dass der treffer bild einfach nicht so toll aussieht häufig man fühlt sich allgemein relativ träge ist ja auch irgendwo hat relativ typisch für das schiff langsame turmdreh zeiten und so weiter und jetzt will man dazu ein bisschen ausgleichen indem man den alpha damage der ap granate wieder erhöht wir waren nur bei 19.000 wenn ich mich recht entsinne wurden dann runtergebracht auf 17.000 jetzt wird der alpha damage wieder erhöht auf 19.400 ich denke mein persönliches bauchgefühl sagt mir das wird nicht die letzte änderung sein die dieses schiff bekommt es muss attraktiver werden immer noch attraktiver werden wenn man dieses schiff für stahl in das spiel bringen möchte und sich davon erhofft dass einiger mahassen häufig freigeschaltet wird von spielern die cw spielen oder so dafür wird das meiner meinung nach nicht ausreichen hat soll es jetzt aber schon gewesen sein vom ausblick mehr hatte wargaming in der letzten zeit nicht verändert bei den schiffen ich hoffe wir konnten euch wieder so ein bisschen einen eindruck bieten wie die testschiffe so sind in welche richtung sie sich entwickeln wenn dem so ist dann lasst mir gerne daumen nach oben da klickt abo beim kanal empfehlt den kanal gerne weiter kommentiert auch gerne unter dem video hier konstruktiv mit eurer meinung zu den verschiedenen schiffen interessiert mich immer sehr was ihr da so für einschätzungen von habt und ja dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video danke für eure aufmerksamkeit und bis dahin euer secret team euer andy ciao ciao